Gleich die erste Show, gleich der erste Skandal sozusagen. Wir fangen mal mit einer Sache an, die mich nervt, seitdem es sie gibt. Leute, wisst ihr, was mit Tierrisch auf den Sack geht? Entweder tanzt im Takt oder tanzt nicht im Takt. Vielleicht für mich nicht punktemäßig die Nummer 1 an diesem heutigen Abend, aber mein Top-Favoriten-Paar des Abends. Ein Punkt ist Quatsch für mich. Let's Talk About Dance. Exklusive Einblicke, packende Hintergrund-Stories zur aktuellen Let's Dance-Staffel. Spannende Gäste. Der Podcast mit Profitänzer Christian Polanz. Let's Talk. So, herzlich willkommen zum zweiten Podcast Let's Talk About Dance. Ui, 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 ui. Gleich die erste Show, gleich der erste Skandal sozusagen. Da werden wir ganz zum Schluss drüber reden, aber erst reden wir natürlich über das, was passiert ist in der Show. Und es ist viel passiert. Es ist viel passiert. Erstmal natürlich ein wieder gigantisches Opening, muss ich sagen. Also, ich habe mich sehr, sehr unterhalten gefühlt. Ich fand es super cool, dieses Thema so ein bisschen Great Gatsby. Ich glaube, da gibt es, es ist Musik aus der Serie Babylon Berlin, glaube ich, heißt die Serie. Und ich meine, dass ich da die Musik erkannt habe. Aber war auf alle Fälle cool. Coole Kostüme, coole Energie. Also, hey, wenn so die Openings ausschauen in dieser Staffel, dann bin ich da durchgehend dabei. Viel tanzen. Also, kann eigentlich nur so weitergehen, wenn es zumindest nach mir geht. Ja, wow. Es gab natürlich viele Dinge, über die wir heute auch sprechen. Zu Beginn, ich bin nicht unbedingt mit allen Dingen, die da so passiert sind, ja, im Reinen. Werden wir gleich auch sehen. Nur für euch, für die Zukunft, wie das jetzt hier ablaufen wird, kann ich euch gar nicht so genau sagen. Weil es wird jedes Mal so ein bisschen anders ablaufen. Weil letztes Mal war ich im Setting mit der Christina zusammen. Dieses Mal bin ich alleine. Da kann ich dann vielleicht auch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern, weil man natürlich keinen Talkgast hat. Und wir haben hier, schaut mal, ganz tolle. Wuhu! Ja, die Podcast-Zuschauer können es jetzt nicht sehen. Und umdrehen muss ich es auch, damit es dann die Video-Zuschauer trotzdem auch sehen können. Wir haben hier schöne Wertungstafeln. Das heißt, ich werde auch immer zu jedem Paar meine eigene Wertung abgeben. Und dann werden wir sehen, ob die irgendwie sich deckt mit dem, was da in der Sendung passiert ist oder nicht. Ich kann schon mal sagen, nicht immer, aber im Allgemeinen heute schon noch. Zumindest für dieses Mal. So, und meine Wertungen ergeben sich im Normalfall immer daraus, dass ich sowohl die tänzerische Seite beobachte und mir ein Urteil daraus bilde und dann aber wirklich diesen Show-Aspekt. Das heißt, für mich, jemand, der 10 Punkte haben will, braucht mindestens 10 Punkte beim tänzerischen Aspekt und mindestens eine gute 9 beim Show-Aspekt. Wenn jemand nur den Show-Aspekt auf 10 Punkte hat, wird er bei mir quasi nicht auf 10 Punkte kommen, weil für mich so ein bisschen 51, 49 Prozent, ähnlich wie die Zuschauer auch, so ein bisschen das Zünglein an der Waage sind, ist für mich eben so ein bisschen die Tanzqualität ein bisschen höher gewichtet als das reine Show-Element. So, jetzt haben wir dann schon mal die Disclaimer sozusagen fast alle aus dem Weg geräumt, weil einen Disclaimer habe ich noch und zwar so wie ihr auch, außer ihr wart zufällig live im Studio, habe ich mir die Sendung natürlich auch zu Hause angeschaut vor dem Fernseher und habe deshalb natürlich nicht alles gesehen, so wie als wenn ich live vor Ort gewesen wäre, weil wir sind natürlich davon abhängig, welchen Bildausschnitt wir gerade zu sehen bekommen. Das heißt, ich glaube manchmal ist es sehr schwer, über irgendwelche technischen Details zu sprechen, wenn das einfach nicht zu sehen ist. Das heißt, da bin ich leider genauso wie ihr gehandicapt, wenn man das so sagen will, auf die Bildausschnitte, die ich zu sehen bekomme. Wir fangen mal mit einer Sache an, die mich nervt, seitdem es sie gibt. Leute, wisst ihr, was mir tierisch auf den Sack geht? Die Teamnamen, die gehen mir tierisch auf den Sack, weil irgendwann, ich glaube, Katrin, Katrin Menzinger, ich glaube, du warst es, hat irgendwann mal angefangen mit diesen Teamnamen und seitdem musst du immer dir irgendeinen Teamnamen aus den Backen quetschen und das ist wirklich, das ist für mich so Pain immer am Anfang, weil Polanz oder so oder Christian, dieses Krr oder Po, das funktioniert fast nie, sodass man sich irgendwie so ganz komische Namen immer überlegen musste. Bei manchen hört es sich natürlich super an, ja, keine Ahnung, bei Massimo hat man immer irgendwie so einen coolen Namen gleich, weil man es natürlich irgendwie etwas schwungvoller klingt, aber bei mir Polanz, ja, was, Po, 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 ja, keine Ahnung. Also, mein Ding, ja, von mir aus könnten die auch ohne Teamnamen, ich wäre mit Team Christian oder beziehungsweise natürlich der Promi-Damen-Name zuerst und Christian wäre ich vollkommen fein. So, also Opening haben wir aus dem Weg schon geräumt, dann kommen wir noch direkt zum ersten Kandidaten, was eine Kandidatin ist und zwar Lina und Scholt mit einem Quick-Step. Und das Erste, was ich gedacht habe, ist, die Musik kenne ich doch. Zu der habe ich auch schon getanzt und zwar meinen allerersten Quick-Step, also da müsste ich mich jetzt schon sehr täuschen, dass es nicht die Musik war, aber das war hier I'm Just a Girl von No Doubt, wenn mich nicht alles täuscht. Und, also ich fand die erste Einzel-Performance in der ersten Show, ich weiß, da liegen die Nerven blank und dafür muss ich sagen, hat sie es wirklich super gemacht. Ich muss sagen, ich fand sie schon sehr leichtfüßig, ich fand sie hatte schon für eine Show 1 schon eine ganz gute Haltung, nicht durchgängig und einfach eine sehr positive Energie. Ich finde, sie hat das Tempo, das der Scholt vorgegeben hat, noch nicht so ganz durchhalten können. Das hat man dann auch gesehen, ist so ein bisschen holprig geworden. Und, was mir aufgefallen ist, sie hat sich schon sehr wohl gefühlt, wenn sie in der Haltung war. Und das habe ich so ein bisschen gesehen, die freien Arme, die waren so ein bisschen verloren. Die waren dann oft so, ja, ich sage immer so Quadrat-Hände oder der Pfannkuchen, ja, die Pfannkuchen-Hände. So, wenn die so platt sind und nicht so genau wissen, was sie tun sollen. Ja, es gab ein paar so kleinere Schrittfehler, aber wie gesagt, Schrittfehler sind jetzt nichts, was ich mich persönlich drüber aufhängen würde. Und sie muss noch durchhalten, Lina, durchhalten bis zum Ende. Das war auf alle Fälle was, wo ich mir gedacht habe, hey, muss das besser bis zum Ende durchziehen. Aber ansonsten finde ich eine sehr, sehr gelungene Einstellung und auch eine sehr gelungene Vorstellung für so einen ersten Quick-Step. Man muss dazu sagen, also als erstes aufzutreten, ist Fluch und Segen zugleich. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, man ist natürlich am Anfang mit den Punkten ein bisschen zurückhaltender. Vielleicht, wenn so ein Tanz ein bisschen später kommt, verdient man noch den ein oder anderen Extrapunkt. Und dementsprechend ist es immer so ein undankbarer Startplatz. Aber nichtsdestotrotz, ja, muss halt irgendeiner, muss ran. Ja, hilft nichts. Und ich hatte Paare, äh Paare, ich hatte Partnerinnen. So, muss man das sagen. Da war ich sehr, sehr oft auf Platz 1. Und ich hatte Partnerinnen. Ja, natürlich meistens mit den Guten ist man dann eher immer hinten. Aber ganz hinten, Leute, ist auch kacke. Weil dann wartest du da fast 4 Stunden oder 3,5 Stunden, bis du dran bist und alle sind dran. Dann erlebst du so die ganzen Dramen oder eben die Wahnsinnsglücksmomente und denkst dir so, Wie wird es bei mir sein? Ja, also es hat alles seinen Fluch und Segen. Für mich der perfekte Startplatz ist so, wenn es noch viele Paare sind, ist so Startplatz 4, 5. Vielleicht nach einer Werbung. Dann sind die Leute wieder frisch, waren auf dem Klo oder so. Können wieder entspannt zuschauen. Und dann hat man da wirklich einen guten Drive. Ja, entspannt zuschauen. Zu was wir auch noch kommen, ganz zum Schluss, aber das packen wir wirklich zum Schluss. Ich habe es vorher schon so ein bisschen angekündigt, ist das Drama, das es gegeben hat zum Ausscheiden von Maria und Mika. Ich denke, das war quasi abzusehen. Das war von Weitem schon, hat sich angebahnt. Aber dazu reden wir dann zum Schluss. Dann müsst ihr tapfer sein und durchhalten. Dann werdet ihr alles erfahren, was ich dazu denke. Dann kommen wir schon zum zweiten Paar. Das zweite Paar war Jana und Vadim. Nein, kommen wir nicht. Wir kommen nicht zum zweiten Paar. Weil wir haben eine Wertung für Lina. Und ich wollte natürlich immer, ja, wir werden noch besser. Ist mein erster alleiniger Podcast. Ja, ich werde auch noch besser. Die Wertung für Lina war 5 von 4. Also 5 von Jorge, 5 von Mozzi und 4 von Lambi. Und ich würde der Lina eine 5 geben. Weil ich finde, wie gesagt, erster Startplatz, solide gemacht. 5 ist genau, sag ich mal, der Durchschnitt. Und ich finde, das hat sie auf alle Fälle verdient. So, aber jetzt. Jetzt habe ich meine Schuldigkeit getan. Wenn wir schon die coolen Kellen haben, ja, die hört ihr im Podcast nicht. Aber die seht ihr im Video. Ja, hört euch erst den Podcast an und dann schaut ihr euch das Video noch an. Dann seht ihr alles. Jana und Vadim. So. Ich muss sagen, ich finde, sie hat es sehr ordentlich gemacht. Weil man muss ja eines ganz klar sagen. Es wird ja nicht mit gleichem Mehl gebacken hier. Jemand, der einen Jive in Show 1 tanzen muss, ist halt einfach schon mal am A Punkt Punkt. Sag ich ganz ehrlich. Und dann, wenn es auch noch eine Frau ist, dann ist sie noch mehr in diese Richtung. Also, es ist wirklich schwer. Ein Jive ist echt ein Biest. Vor allem für Frauen, die ihre Knie nicht verstecken können. Ich sage mal, wir Männer haben immer noch unsere Gardinen um die Beine rum. Das kaschiert immer noch ein bisschen was. Aber für die Frauen ist das wirklich ein absoluter Horror. Wenn ich Jive relativ früh habe, dann bete ich einfach, dass meine Partnerin hoffentlich ein Gefühl dafür hat. Oder rechne einfach damit, dass alles passieren kann. Und dementsprechend muss ich sagen, hat sie es wirklich gut gemacht. Sie hatte eine super gute Power. Sie hat den Takt durchgehalten. Ich fand auch, der Oberkörper und die Arme waren schon ganz ordentlich. Was bei Jana sicherlich ein Thema sein wird. Und zwar für eine lange Zeit. Vadim, ich wünsche dir viel Spaß und Glück dabei. Sind die Fußpositionen. Ja, es ist leicht einfach nach innen gedreht. Da muss man sehr, sehr viel machen. Es ist nicht ganz so schlimm. Aber es ist definitiv zu sehen. Und wird natürlich auch in den typischen Lateintänzen ein Handicap sein. Weil das Becken einfach nicht so steht, wie es stehen müsste. Wenn die Füße einwärts gedreht sind. Und das Gewicht. Wenn man hört so oft, das Gewicht muss mal dann nach vorne. Das heißt einfach nicht, dass man sich nach vorne bücken soll im Jive. Sondern man muss einfach das Gefühl haben, wenn der Körper gerade steht. Dass man quasi eine Achse hat. Und diese Achse muss man insgesamt ein bisschen nach vorne kippen. Sodass man das Gewicht von seinem Körper eher auf dem Ballen spürt. Das heißt aber nicht, dass die Fersen nicht mehr den Boden berühren dürfen. Weil das sehe ich ganz oft auch im Jive. Dass es dann nur noch so ein Rumgestachse auf den Zehenspitzen ist. Überhaupt nicht. Jive ist auch ein Tanz, der richtig schön in den Boden reingehen muss. Aber wo das Gewicht einfach kontinuierlich vorne bleiben muss. Und das hat man schon gesehen. Das war nicht immer so der Fall. Ja. Lambi hat noch gemeint, es sieht ihm zu gelernt aus. Leute, Show 1. Klar ist es gelernt. Ja, es ist 4 Tage. Jive intravenös. Irgendwie was reingetrichtert. Gerade beim Jive. Also, ich fand es nicht, das habe ich so nicht gesehen. Alles, was mit Ausdruck zu tun hat, ist eh ganz, ganz schwierig. Ich habe da eine ganz eigene Philosophie, was das betrifft. Und zwar einer meiner Leitsprüche. Und deshalb komme ich vielleicht mit manchen Philosophien, die manche andere Profis haben, bin ich da nicht so d'accord. Weil ich eben da schon ganz klare Meinung dazu habe. Und zwar nennt sich die Emotion through Motion. Also eine Emotion im Tanzen, die man im Gesicht sieht oder in dem Verkrampfen oder wie auch immer, in der ganzen Mimik und Gestik sieht, muss immer aus dem Erlebnis der Bewegung heraus entstehen. Und nicht etwas Aufgesetztes sein, was man einfach gerade, ja hier muss ich jetzt doof gucken, dann gucke ich doof. Sondern am besten ist, die Bewegung macht irgendwas doofes, weil dann entsteht auch dieses doofe Gucken. Oder man macht irgendwas, was extrem, wo man sich extrem viel Widerstand gibt. Und dann ist auch, dann sieht man auch im Gesicht, dass es anstrengender wird. Und genauso, also ich sage immer, stellt euch vor, ihr schiebt einen Einkaufswagen, einen leeren Einkaufswagen durch die Gegend. Und ihr tut so, als wäre in dem leeren Einkaufswagen irgendwie eine Tonne Gewicht drin. Das sieht dämlich aus. Ja und genauso umgekehrt, stellt euch vor, ihr schiebt den Einkaufswagen mit einer Tonne Gewicht durch die Gegend und tut so, als würde da gar nichts drin sein. Das funktioniert nicht. Und das ist manchmal so das, das sehe ich bei manchen Kollegen, die machen das anders, das ist eine andere Philosophie. Die versuchen halt das Gesicht vielleicht drüber zu packen. Ich glaube aber auch, dass Vadim nicht so jemand ist, der das versucht. Und ja, er hat viel Tanzen, beide haben viel Tanzen gezeigt. Das ist auch ein Risiko im Jive. Von daher, ich muss sagen, well done. Und von der Jury gab es 5, 4 und 3 Punkte. Von Lambi zum Schluss und von mir gibt es auch die goldene Mitte. Ich gehe hier mit Motzi. 4 Punkte für diesen Jive. Sicherlich noch viel mehr drin bei Jana. Aber Jive auch so ein Tanz, wo ich sage, auch nicht unbedingt die Kirsche, die ich mir für die erste Show aussuchen würde. So, jetzt beim nächsten Paar wird es spannend. Weil ich finde, ich bin da tatsächlich ein bisschen kritischerer Meinung als unsere Jury. Und zwar geht es um Detlef und E-Cat. Also zum einen glaube ich auch, dass Detlef mit dem langsamen Walzer einen Tanz gefunden hat, der ihm sehr, sehr fremd ist. Ich glaube, viele der Latein-Tänze, der freieren Tänze werden ihm durch seine Hip-Hop-Vorerfahrung definitiv mehr Spaß machen vielleicht auch, aber auch mehr liegen. Und ja, ich fand einfach, man hat gesehen auch sofort in den freien Passagen war er viel präsenter, war er viel mehr da. Und in dem Moment, wo es zum Körperkontakt in Haltung ging, dann war er für mich, ja, ein bisschen verloren. Wobei ich sagen muss, dass Detlef natürlich schon eine gewisse Bühnenpräsenz hat, die er da schon auch mitnehmen kann. Und ja, aber mich insgesamt jetzt bei diesem langsamen Walzer, also man hat ja im Einspieler gesehen, dass er anscheinend sehr, sehr gehadert hat, dass er da richtig gekämpft hat. Ja, ich meine gesehen zu haben, dass er da öfters mal den Tränen nahe war. Aber ich glaube, aus anderen Formaten habe ich das auch schon gesehen, dass Detlef ist schon jemand, der da vielleicht auch sehr, ist eher so auf der flüssigen Seite der Dinge. Und man hat dann natürlich so eine gewisse Erfahrung oder eine Vor, durch die Vorerfahrung und so muss man sagen, hat man eine gewisse Erwartung. Und ja, da lag er jetzt bei mir zumindest mit dem langsamen Walzer ein bisschen hinten dran. Aber auch das mag noch nicht das Ende aller Dinge sein. Also wie gesagt, für mich die positiven Sachen waren wirklich die freien Parts. Da habe ich ihn sehr, sehr stark erlebt, da war er dominant, das hat gut ausgesehen. Er hat natürlich eine Sache und da war ich wiederum überrascht, dass er doch auch so eine Zartheit auch ausdrücken konnte. Und das war in seinen Armen und in den Händen. Arme und Hände sind nicht nur was, was wichtig ist für Frauen. Sondern auch für uns Männer. In den Händen steckt so viel Ausdruck und so viel Wichtiges, auch Männliches, kann man über die Hände, über die Art, wie man seine Partnerin anfasst, aber auch über die Art, wie man die Hände gestaltet, ausdrücken. Und das ist nicht nur für die Frauen wichtig, weil ich finde, das ist oft immer so ein Ding, wo man sagt, bei den Damen ist es wichtig, dass die so schöne Hände haben. Nein, Männer, auch unsere Hände sind extrem wichtig im Tanzen und sind auch ein sehr männliches Stilmittel, die ausdrücken können, wie wir uns gerade fühlen. Wenn man irgendwie die Hände natürlich zu Fäusten macht oder ob man Schultern hat, die eher angespannt sind, die offen sind. All das spielt einfach eine große Rolle und ich finde, da hat Detlef schon ein gewisses Gefühl für mich gehabt. Und wenn wir schon beim Gefühl sind, ich finde, auch wenn es ihm sehr schwer gefallen ist anscheinend, den Walzer so reinzubekommen, hat er mit Ikat zusammen eine sehr, sehr schöne Stimmung erzeugt. Muss ich wirklich sagen, das fand ich ganz toll. Er war in diesem Tanz drin, zumindest auch vom Gefühl her. Ich hätte mir schon gewünscht, dass die Schwünge ein bisschen geschmeidiger gewesen wären oder dass ich diese typische Schwungbewegung, die im langsamen Walzer fast mit am ausgeprägtesten ist, mit dem Heben und Senken. Das habe ich noch nicht ganz so empfunden, wobei ich sagen muss, da habe ich generell noch ein Problem gehabt, durch die Bank weg, bei allen Standardtänzen, wo es um Schwünge ging, also außer Tango. Ich habe das Gefühl, da waren schon viele gute Sachen dabei, aber für mich das Essentielle, was ich für meine Partnerin immer als erstes versucht habe, ist, dieses Gefühl für den Schwung zu bekommen. Also das, was wirklich dieses schwingende Gefühl reingeht und dann war es mir auch vielleicht nicht immer gleich sofort so wichtig, ob dann so viele andere Dinge schon gepasst haben oder nicht. Aber das würde ich mir definitiv wünschen, dass das ein bisschen hoffentlich bei den nächsten Standardtänzen, wo die eine Schwungbasis haben, ein bisschen schöner zu sehen ist. Also alles in allem war für mich die Choreo aber auch ein bisschen schwierig, um das Tanzen zu beurteilen. Ich fand, da waren schon relativ viele Show-Elemente drin, deshalb habe ich mich auch manchmal ein bisschen schwer getan, jetzt zu beurteilen, war jetzt der langsame Walzer an sich wirklich gut oder nicht gut, aber es war eine tolle Show, eine tolle Stimmung mit einem Detlef, der gekämpft hat, aber noch sehr viel mehr zeigen muss für mich in den Standardtänzen. Für mich gibt es anstelle der 6, 6 und 6 Punkte der Jury 5. Also ich bin ein bisschen strenger, Detlef, aber es sind gut gemeinte 5, weil ich weiß, dass wird in Zukunft noch viel besser gehen. Und darauf freue ich mich auch und ich wünsche ihm jetzt erstmal, dass er vielleicht nächste Woche einen Latino-Tanz hat oder irgendwas, wo er ein bisschen mehr für sich auf die Kacke hauen kann, weil ich glaube, dann kann er auch mal so ein kleines Ausrufezeichen setzen. Zumindest traue ich es ihm zu. Ja, Ausrufezeichen. Vielleicht nicht ganz so gut in die positive Richtung, sondern eher so mit zu den schwächeren Paaren. Auch wenn ich es gar, also ihr merkt schon, es kommt mir echt schwer über die Lippen, weil ich mag sie so sehr. Ja, ich finde sie einfach super sympathisch. Ich kann, ich habe, ich leide so mit ihr mit, wenn ich, wenn ich das sehe. Und ja, es geht natürlich um Ann-Kathrin und Valentin, die auch, hey Valentin, der Jiffe, so wie sie ihn genannt haben, wahrscheinlich um, entweder ging es darum, zum Affe irgendwie die Beziehung herzustellen. Jedenfalls, hey Jive, mit jemandem, der sich am Anfang auch noch ein bisschen schwerer tut. Ich sage mal so, schlimmer kann es eigentlich fast nicht mehr werden. Zumindest vom Tanz her. Vielleicht jetzt, okay, wenn man Samba noch in der zweiten Woche gleich, dann würde ich sagen, dann habt ihr die Jackpot-Karten alle gezogen. Dann kann es eigentlich nur noch bergauf gehen. Ja, der Jive. Wow. Also, eins muss ich sagen, in den Nicht-Tanz-Passagen, als sie da angefangen hat, Ann-Kathrin, auf ihrem Motorrad, dachte ich mir so, wow. Wow, was für eine sexy Lady, der laszive Blick, die Haare fliegen. Jo, und dann ist sie aufgestanden und dann dachte ich mir so, dö, dö, schade eigentlich. Aber wie gesagt, hey, Jive als ersten Tanz für jemanden, der sich schwer tut, also mein, mein, ja, mein größtes Mitgefühl. Ja, also die Nicht-Tanz-Passagen toll. Ich fand auch ihr Gesicht, selbst wenn sie sich irgendwie vertanzt hat, ich fand, ihr Gesicht war immer, hey, es ist schön, mir geht's gut. Und, ähm, ich hab Spaß, also ihr Gesicht war top und, ja, sie ist einfach sympathisch, was soll ich sagen. Äh, tanzen war jetzt schwierig, es war halt insgesamt noch etwas zu steif. Die Beine haben natürlich noch nicht wirklich das gemacht, was sie hätten tun sollen in einem Jive. Der Takt war manchmal an der Grenze und die Körperhaltung war natürlich leider für einen Jive, wir haben es vorher schon angesprochen, auch zu weit hinten. Das ist bei jemandem, der aber sonst irgendwie Power hat und selber trotzdem schon sehr aktiv ist, ist es noch ein bisschen verzeihlicher. Aber bei jemandem, der eben da schon ein bisschen auch an der Grenze ist, äh, ist das natürlich ein Killer-Kriterium. Allerdings muss ich wirklich sagen, sie haben viel getanzt und ich finde, ein Punkt, auch für diese Leistung, äh, die sie gebracht hat, auch in Anbetracht dessen, dass es in Woche 1 ein Jive war, muss ich sagen, ist Quatsch für mich. Weil dafür waren trotzdem auch genug Sachen da, genug Content da. Eins ist für mich, ich meine, eins ist die schlechteste Wertung, die man geben kann. Und das heißt für mich, dass die nicht den Takt getroffen hat, nicht, äh, überhaupt nichts irgendwie richtig gemacht hat und das ist für mich einfach nicht der Fall gewesen. Wie gesagt, also es gibt dann die Show-Komponente und auch die Tanz-Komponente und von daher, äh, von der Jury hat Ann-Kathrin drei von Jorge, drei von Mozzi und eins von Lambi bekommen. Und von mir bekommst du eine versöhnlichere zwei und ganz viel Spaß und Glück für nächste Woche. Ich wünsche dir einen Standard-Tanz, wo dich der Valentin ein bisschen in die Hände nehmen kann und ihr ein schönes, romantisch oder beschwingtes Gefühl auf die Fläche bringen könnt. Das würde ich mir für euch wünschen. Ja, zu wünschen kommen wir auch beim nächsten, ja. Ja, ich hätte mir nämlich gewünscht, dass der Marc noch cooler performt hätte. Äh, ich traue dem Marc tatsächlich zu, er ist der älteste Kandidat im Feld mit Katrin zusammen, ähm, das, also die Katrin ist nicht die älteste zusammen, aber der Marc ist der älteste und, aber er tanzt mit der Katrin zusammen. Und ich traue ihm einfach mehr zu. Er hat, finde ich, seinen Charakter, hat er gezeigt auf der Fläche, das finde ich sehr, sehr positiv. Also ich fand, man hat gesehen, das ist der Marc, so kennt man ihn, so hat ihn, glaube ich, Rudi Carell, oder war es damals sogar, entdeckt. Äh, und, und das kann ich so unterschreiben. Ich habe gesehen, das ist Marc in, in seinem Charme. Aber, er hatte auch viel Power, viel Power. Und vielleicht ist so sein Geheimnis, warum er auch, äh, irgendwie so gut wegkommt, ist, er lässt die Jury einfach gar nicht erst zu Wort kommen. Also ich glaube, er hat, er hat da toujours ein, äh, hier, äh, einen Spruch nach dem anderen gebracht, ähm, was vielleicht manchmal gar nicht so schlecht ist. Da muss ich sagen, hätte ich mir für meine Partnerin früher vielleicht mal eine Scheibe abschneiden können und denen einfach sagen, sagen müssen, ey, labert einfach so viel, dass die Jury nicht so viel ins Labern kommt. Weil dann, glaube ich, äh, ist es insgesamt für euch positiver. Und warum das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dazu komme ich auch noch ganz zum Schluss, wenn wir uns nochmal drüber unterhalten, wer, warum, weshalb ausgeschieden ist. Weil ich denke, auch da spielt das, äh, gesprochene Wort der Jury eine sehr, sehr große Rolle. Vielleicht sogar noch eine größere als die Punkte. Ja, also eine Sache, die mir, äh, bei Marc auf alle Fälle, äh, aufgefallen ist, er hat extrem seinen Kopf weit nach vorne gehabt. Und dadurch gleicht man das Ganze natürlich irgendwie so ein bisschen aus, nach hinten. Und dann steht man natürlich irgendwie krumm und bucklig da, ähm, und das ist, er hat viele coole Drehungen versucht. Und ich glaube, er kann auch super drehen, aber, äh, wenn da natürlich der Kopf weit vorne ist und so weiter, dann wird das wirklich schwierig, äh, weil das immer, äh, so ein bisschen rumeiert. Und das ist mir aufgefallen, also da müssen wir auf alle Fälle noch an der Haltung arbeiten. Und, ähm, ich finde auch, man hat gesehen, cha-cha-cha ist ein Tanz, der, dessen grundlegendes Bewegungsprinzip sich Merengue Sway nennt. Das heißt, man hat immer einen Ansatz, wie bei den meisten Latein-Tänzen, aber bei cha-cha-cha auch nochmal sehr wichtig. Man setzt mit dem Fuß Ballen an und streckt dann das Knie sehr schnell durch, äh, zumindest wenn man es ans Turniertanzen, äh, anlehnt. Und dieses Gefühl, dass man die Füße auch trotzdem benutzt oder so, hatte ich gar nicht. Das war immer sehr flacher Fußansatz, ähm, und, ja, dementsprechend kann man oft auch nicht so diese Energie, die er hat, irgendwie in die, ja, in die Geschwindigkeit ummünzen. Ja, und, äh, die Power muss natürlich auch irgendwo hin und manchmal musste sie, äh, den Takt überholen. Also sprich, dadurch, dass er sehr engagiert war, war es manchmal so, äh, dass der Takt schon ein bisschen grenzwertig war. Und da kommen wir zu einem ganz interessanten, äh, ja, Fall, äh, in der Jury, weil es ist manchmal, und ich kenne diese Fälle, weil ich bin mir auch schon oft so vorgekommen, beziehungsweise habe es erlebt, dass sich die Jury innerhalb von wenigen Sekunden gegenseitig widerspricht. Erst sagt Lambi, dass Marc eine gute Rhythmik schon hatte. Und wenige Sekunden später, äh, sagt Motzi, dass er eben öfters mal außer Takt ist. Und dann frage ich mich, okay, haben wir alle das Gleiche gesehen? Und vor allem, da muss man einfach wirklich sagen, Takt und Rhythmus sind mal eine ganz andere, oder zwei ganz unterschiedliche Dinge. Kommen wir vielleicht nochmal irgendwann später in einem Podcast an, äh, in einem anderen Podcast dazu. Es gibt nämlich schon einen Unterschied zum Im-Takt-Tanzen und zum Rhythmus-Tanzen. Und beides ist natürlich eine ganz klare Sache. Das heißt, das ist nicht, sehe ich so oder sehe ich so, sondern entweder jemand tanzt im Takt oder jemand tanzt nicht im Takt. Das ist also keine Diskussionsgrundlage. Ich kann sagen, etwas gefällt mir oder etwas gefällt mir nicht, aber ich kann nicht sagen, entweder er tanzt im Takt oder er tanzt nicht im Takt. Und er hat in großen Teilen zum Takt getanzt, zumindest das, was ich gesehen habe, aber eben auch mal ab und zu nicht. Die Jury hat folgende Punkte gegeben. Fünf, vier, vier. Und ich würde dem Marc eine gut gemeinte vier geben. Ja, ich denke, da ist echt noch Luft nach oben. Haltung arbeiten, ein bisschen vielleicht ihn im Zaum halten, damit er nicht so viele Möglichkeiten hat, abzuhauen. Ja, abzuhauen war jetzt nicht das Stichwort, aber und ist auch kein guter Übergang, aber wir machen es trotzdem zu Eva und Paul. Ich muss sagen, auch ein paar, wo ich glaube, dass da noch sehr viel mehr gehen müsste, sollte, wollte, könnte und ich mir das auch erhoffte. Aber es diesmal noch nicht so da war, wie das, glaube ich, noch kommen könnte. Aber die dürfen sich auch nicht zu lange Zeit lassen, weil ich bin mir nicht so sicher. Ich habe so ein Gefühl, dass Eva und Paul vielleicht auch so Kandidaten sind, wenn die nicht jetzt in die Puschen kommen relativ schnell, dass da schon auch Gefahr besteht. Weil die waren auch im unteren Mittelfeld. Es ist so noch nicht alles so rund und es sind gefährdete, gefährdete Plätze. Aber nichtsdestotrotz, ich muss sagen, Eva hatte schon wirklich gute Passagen. Und vor allem, finde ich, hat sie eine schöne Aura, wenn sie tanzt. Sie ist natürlich eine erwachsene Frau zwischen vielleicht den vielen jüngeren Mädels, die da dabei sind. Und das finde ich sehr schön und das hat mir jetzt auch wieder in dem langsamen Walzer sehr gut gefallen. Aber ich vermisse einfach jetzt noch ein bisschen mehr Druck von ihren eigenen Beinen weg, dass sie für sich als Frau auch wirklich Gas gibt. Und vor allem, fand ich, Haltung hätte ich mir besser gewünscht. Und ich glaube, ich kann sie auch, dieses aufrechte Gefühl. Auch hier muss ich das Schwunggefühl wieder bekritteln, habe ich vorher schon besprochen. Müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Es gab viele schöne Passagen, aber es gab leider auch viele eher schlechtere Passagen, wo sie auch auf mich sehr steif gewirkt hat. Ja, das fand ich einfach schade, weil ich glaube, sie muss da noch ein bisschen mehr in sich reinkommen. Und ich glaube, eine Sache, warum sie noch nicht dieses Gefühl hatte, auch mit Paul zusammen zu tanzen, ist, ihr Becken stand permanent ein bisschen zu weit hinten. Und dann ist man natürlich, hat man eine leichte Vorwärtsneigung und dann kann man als Mann auch nicht viel machen. Weil in dem Moment, wo du dann irgendwie versuchst anzuschieben, schiebst du nur Körperteile durch die Gegend, aber nicht wirklich den ganzen Körper als Ganzes. Ja, man sagt immer, in Standard versucht man immer, seine ganze Wirbelsäule durch den Raum zu bewegen. Und in Latein hat man halt eher auch isolierte Bewegungen. Und das ist eben so diese zwei ganz unterschiedlichen Gangarten. Und das ist schwierig, wenn man in Standard eben, wenn das Becken ist, sag ich mal, die zentrale Verbindung zwischen den Füßen und dem Oberkörper. Und wenn das weg ist, dann kann ich halt, wenn es oben schiebt, dann kippt es oben weg, aber dann kommen die Beine vielleicht nicht mit oder umgekehrt. Und das ist ganz, ganz wichtig für Eva, für die nächsten Standard-Tänze. Und im Latein bin ich gespannt, weil ich habe sie bis jetzt nur in Standard gesehen. Ich kann überhaupt nicht einschätzen mit ihren langen Beinen, ob sie sich da wohl fühlt oder nicht. Die Punkte, ihr Lieben. Ich bin trotz alledem ihr relativ wohlgesonnen, weil sie hat, wie gesagt, es gab sehr, sehr gute Passagen und es gab ein paar weniger gute Passagen. Punkte von der Jury waren 5 von Jorge, 4 von Mozzi und 2 von Lambi. Die fand ich schon sehr hart. Von mir gibt es eine gute 4. Ordentlich gemacht, aber noch a lot of potential to the top. Dann, apropos Top. Oh, jetzt habe ich wieder einen tollen Übergang gefunden. Apropos Top. Toni und Anastasia. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht für mich nicht punktemäßig die Nummer 1 an diesem heutigen Abend. Ja, schon ein kleiner Spoiler. Aber mein Top-Favoriten-Paar des Abends. Das war mein Feel-Good-Moment. Das waren so ziemlich die einzigen, wo ich wirklich nach dem Tanz mit einem breiten Grinsen da saß und mir gedacht habe, wie geil ist das denn? Hey, ich habe so viel Spaß gehabt an Toni, wie er das gemacht hat, wie er schon so zackige Bewegungen versucht hat, so ein bisschen den Latino raushängen hat lassen. Ich fand es einfach richtig cool, wie er schon diese Stimmung von dem Cha-Cha-Cha aufgenommen hat. Ich fand es einfach toll. Zackige Bewegungen, die auch wie die zusammen als Paar gewirkt haben mit Anastasia. Anastasia, ja, er hat schon versucht, so fast schon so turniermäßig so schnelle Zick-Zack und hier und da. Und eins muss ich hier mal sagen, also Anastasia, eine der besten Neuentdeckungen bei den Damen seit langem. Ich finde, die hat sich so schnell eingelebt in diesen Let's Dance-Kosmos. Finde ich wirklich toll. Ich fand auch ihre Choreo wirklich cool. Ja, waren ein paar frische Elemente dabei. Wirklich toll. Also Chapeau, toller Einstieg. Mach weiter so. Jetzt musst du auch weiter so machen. Und ja, was natürlich trotzdem, gab es natürlich auch ein paar Sachen, die man bemängeln kann, muss. Das Gewicht war, wie bei so vielen an dieser ersten Show, einfach zu weit hinten. Manchmal hat es noch ein bisschen holzig gewirkt. Und ja, die Arme sind eben auch für Männer wichtig. Ich habe es vorher schon mal gesagt. Und so toll die bei Detlef waren, da waren die bei Toni noch nicht so da. Also das war auch eher so der Fluglotse, der dann noch am Start war. Aber ja, fand ich alles nicht so wichtig. War wie gesagt für mich eine der besten Performances, aber auch so ein bisschen die größte Feels-Good-Überraschung. Die Jury hat gegeben 6, 5, 5 und ich gebe 6 Punkte. Und zwar, Glöckle hätte gesagt, mit Krönchen. So, mit besonderer Erwähnung. Ja, das Krönchen, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, das würde beim nächsten Kandidaten definitiv jetzt auch wieder in die Schublade kommen. Auch wenn es mal wieder nicht so schlecht war, wie es auch schon in der Canada-Show geredet wurde. Ich rede natürlich von Tillmann und Patricia. Der Tillmann hat sich wirklich Mühe gegeben für seinen Tango. Ich finde auch, die haben eine coole Musik gehabt. Eigentlich, alles spricht dafür. Und ich muss auch sagen, ich finde, er hat in den Passagen, wo er alleine war, er hat eine sehr aufrechte, positive Körperhaltung. Das muss ich ihm wirklich zugute halten. Und ich finde auch, dass er mit Patricia zusammen wirklich versucht hat, eine schöne Stimmung zu erzeugen. Und für mich ist das teilweise auch gelungen. Ja, und dann kommen wir zu den negativen Punkten. Ja, falls ihr euch fragt, warum gucke ich da immer so runter? Das sind meine mannigfaltigen Notizen. Ja, für den Podcast ist es egal. Aber für die, die Video gucken. Ja, und da muss ich sagen, es war natürlich sehr steif. Es war mehr abgelatscht, als es jetzt wirklich getanzt war. Tango ist ein Tanz, bei dem man, und auch Tango Argentino, in dem man, das soll nicht Laufen sein, sondern es soll ein Schreiten sein. Das heißt, ein bewusstes Gehen. Und ja, das hat natürlich ein bisschen gefehlt. Aber hey, die Haltung im Paar war auch noch nicht so, wo sie hin soll. Auch für eine erste Show hätte ich mir hier schon ein bisschen mehr erwartet. Und es gab natürlich einige Fehler. Und jetzt auch nicht ganz so viel Tanz. Gut, da kann der Tillmann jetzt nichts dafür. Aber vielleicht war das auch die Notbremse von Patricia. Ja, alles in allem war es jetzt noch keine Glanzleistung. Aber für mich, wie gesagt, auch nicht so schlecht. Also ein Punkt war es für mich definitiv auch mal wieder nicht. Und für mich, also nicht ganz so schlecht wie Lambi. Ich bin da eher bei Motzi und Jorge, die drei Punkte gegeben haben. Lambi eins. Und ich gebe eine, zwei. Ja, Björn und Martha. Also ich muss sagen, Björn gehört auch in dieser Show 1 zu denen, die mich positiv überrascht haben. Ich fand, er hat eine geile Energie gehabt. Er hat eine gute Show gemacht. Ich fand, das Lied hat natürlich auch alles geboten, was man für so einen Jive einfach haben will. Ja, Rock'n'Robin ist einfach ein All-Time-Classic, kann man schon fast sagen. Und ich fand, er hat auch teilweise schon richtig coole Aktionen gehabt. Und ich fand, Martha hat ihn wirklich schon gut in Szene gesetzt. Und Jive ist ja einer meiner Lieblingstänze, muss ich ja dazu sagen. Das heißt, da gucke ich schon immer drauf. Hat es den Groove? Ja, es hat noch nicht den ultimativen Groove gehabt. Aber wie gesagt, wer Jive in Woche 1 bekommt, der muss ihn halt irgendwie überleben. Und er hat auf alle Fälle mehr wie das gemacht. Wenn man jetzt kritisch sein möchte, dann könnte man sagen, die Kicks, die Björn getanzt hat, das waren keine Jive-Kicks, sondern das waren Lindy-Charleston-Kicks. Das zeichnet sich dadurch aus, dass Jive-Kicks sind direkt, die kommen, also der Fuß führt eine direkte, gerade Bewegung immer von dem Ansatz des Kicks bis zum Ende aus und nicht eine tretende Bewegung sozusagen. Und ja, dementsprechend waren es jetzt nicht wirklich Jive-Kicks. Ich muss sagen, der Solo-Part wurde irgendwie hervorgehoben positiv. Das war für mich genau der Part, wo ich mir gedacht habe, nee, nächstes Mal Martha gleich stoppen, wenn das passiert. Lass ihn einfach tanzen. Bei Solo, da war er mir ein bisschen drüber. Und ja, es gab auch bei Björn ein paar kleinere Patzer und die Beine waren, er hat selber gesagt, er hat O-Beine, aber die waren teilweise schon sehr schludrig noch, die Beine. Aber alles in allem, finde ich, ein Jive mit guter Energie, der Spaß gemacht hat, der auch, der durchaus viel Tanzen geboten hatte. Und das ist für mich einfach auch, ja, was, wo ich sage, da zoll ich Respekt dafür. Von der Jury gab es davon sechs, sechs, fünf Punkte. Und ich bin da wirklich auch auf der positiven Seite und würde hier sechs Punkte für Björn und Martha geben. Keep it up, ein bisschen mehr Kontrolle noch reinbringen, die Energie bündeln und dann wird das. Apropos Energie bündeln. Ein absolutes Energie bündel ist natürlich unsere Sophia mit dem Alex zusammen. Es war ja eine Paarung, die ich am Anfang gar nicht jetzt so unbedingt gleich auf dem Schirm hatte, aber mich jetzt schon darüber freue. Okay, und ich muss sagen, Sophia hat für mich auch eine der besseren, ja, Weiterentwicklungen gemacht schon in Show 1. Ich habe erst gedacht, als ich gehört habe, oh, Cha-Cha-Cha, dachte ich, ist ein bisschen schwierig, weil Cha-Cha ist auch so ein Angsttanz. Deshalb ist vielleicht auch ganz gut, dass er in Show 1 rum ist, weil, naja, da ist schon die eine oder andere Dame auch mal gestolpert, wenn der ein bisschen später kam. Hier sind wir wieder bei diesem Thema, Männer haben Vorhänge, Frauen eben nackte Knie und da kann es einfach schon mal passieren, dass das nicht so positiv aussieht, aber hat sie ordentlich gemacht. Die Beinarbeit, auch für Sophia ganz wichtig, dass sie mehr über den Ballen zum flachen Fuß geht, weil gerade sie ist eine sehr starke Frau und damit das alles ein bisschen femininer noch wirkt und davon rede ich nicht, dass sie nicht weiblich ist, sondern einfach, dass von der Fußarbeit auch diese feminine Seite noch unterstützt werden kann, muss sie wirklich ein bisschen darauf achten, dass in den Latein-Tänzen dieses Ballen-Flach-Gefühl auch abwinkeln der Knie, sodass die Füße drunter Platz haben, mit einem hohen Spann geführt zu werden. Da, wenn sie da noch ein bisschen mehr Augenmerk drauf legt, dann glaube ich, dann wird sie ja nochmal ein ganz anderes Bild machen. Also, Beinarbeit fand ich jetzt nicht so gut, Füße schließen, sie hat zum Beispiel beim Cha-Cha-Chassé immer nur so halb geschlossen und das wirkt dann gleich, obwohl es nicht sein müsste, so ein bisschen trampelig und das ist schade, weil, wie gesagt, es sind bei ihr so Kleinigkeiten, wo du denkst, ah, und dann so, ah nee, ah, ah nee, mach's doch einfach, man sagt immer einfach, das ist auch ganz schlimm beim Tanzen, ich bin da selber auch so als Trainer, schau mal, es ist ganz einfach, wir machen jetzt das und so, ganz einfach, dieses Wort einfach, ich glaube, die ganzen Promis verfluchen das, es ist nicht einfach, ich weiß es. Dann, die Körperbewegung, die muss bei ihr auch noch ein bisschen mehr so sein, wie es in den lateinamerikanischen Tänzen sein sollte, in den Lateintänzen haben wir immer eine Rotationsbewegung, auch wenn sie noch so klein ist, aber die muss immer da sein, weil ansonsten wirkt man so ein bisschen holzig und ein bisschen wie halt aus einem Stück und das darf in den Lateintänzen einfach nie sein und ich glaube auch wieder zum Thema, das würde sie sofort sehr viel weicher noch machen und nochmal ein ganz anderes Bild transportieren. Aber, was ich toll bei ihr finde und da ist sie für mich im Moment sogar die Stärkste, sie hat ganz, ganz tolle Positionen, das heißt, wenn sie irgendwo steht in einem Bild, da sind die Arme fertig, da sind die Beine eigentlich super aufgeräumt und also da muss ich sagen, das habe ich bei den anderen jetzt noch nicht so gesehen, ganz tolle Positionen und auch so Ansätze von guten Bewegungen, aber die müssen halt jetzt noch ein bisschen durchgängiger werden und dann, glaube ich, ist da, ja, ist da noch viel drin, wobei ich sagen muss, wie gesagt, obenrum war viel Schönes auch schon zu sehen und ich bin durchaus positiv, ja, dass der Alex nicht nur das erste Mal seine Runde 1 überstanden hat, was mich sehr freut für ihn. Ja, Alexandro, jetzt kann es nur noch bergauf gehen, der Bann ist gebrochen und ja, von den Punkten her, die Jury gibt 4, 4 und 3 und ich würde hier auch bei den 4 mitgehen. Ich finde, war schon sehr, sehr ordentlich und ist aber noch Luft nach oben und ich glaube, wie gesagt, Sophia könnte eine sein, die, wenn der Knoten platzt und so ein paar kleine Details kommen, wo ich schon glaube, dass sie mehr kann. Ja, mehr können werden die beiden Nächsten leider nicht mehr unter Beweis stellen können, weil Maria und Mika ja leider ausgeschieden sind. Zum Ausscheiden, wie gesagt, zum Schluss, erstmal über die Leistung. Ich fand, das war eine sehr solide Leistung. Ja, ich fand, es war jetzt auch noch nicht top und ich hätte mir auch viel, viel mehr erhofft von Maria, aber es war wirklich super ordentlich und sie ist für mich eine der wenigen Kandidatinnen gewesen, leider, die was ganz Natürliches hatte, so eine natürliche Grundbewegung. Ich habe das so ein bisschen verglichen, wie damals mit Laura Müller bei mir, die zwar nie darüber hinausging, dann auch mehr draus zu machen, aber die einfach so ein natürliches Gefühl hatte, das gleich irgendwie so nach was aussah und das hat auf alle Fälle Maria auch gehabt. Ich finde, sie hat schon eine relativ gute Rhythmik und ihr merkt, ich spreche hier wirklich von Rhythmik und nicht nur von Takt gehabt, sondern ich fand, da war schon was von Rhythmik erkennbar und hatte schon gelegentlich wirklich gute Aktionen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es war halt absolut nicht durchgängig. Es war noch Körperspannung, die gefehlt hat, wo dann natürlich es schwierig ist, so ein Cha-Cha-Cha, den man echt unterschätzt oft von seinem Schwierigkeitsgrad her, dann nicht durchhalten kann. Ja, dann läuft man denen irgendwie so ein bisschen hinterher und hinterher eben unter ihren Möglichkeiten. Ja, einfach schade, denke ich mal. Da wäre mehr drin gewesen, wobei ich auch sagen muss, ich glaube nicht, dass es an dem Fleiß gelegen hat, den die beiden zutage gelegt haben. Aber, ja, das ist ja das Kapitel, das wir dann noch besprechen werden. Und, was mir allerdings aufgefallen ist, und ich glaube, das ist sehr wichtig, ich hätte mir halt ein bisschen weniger Comedy gewünscht, auch für den Cha-Cha-Cha selber. Ich glaube, das ist auch was, was zu diesem kleinen Genickbruch eben geführt hat. Aber für mich eine solide Leistung. Ich kann nicht ganz, auch die zwei Punkte kann ich jetzt nicht verstehen, aber dass es auch nicht in die höchsten Höhen geht, dafür war es dann auch noch nicht gut genug. Von der Jury gab es 4-4-2. Von mir gibt es hier eine gut gemeinte 4. So, ja, und da sind wir auch schon quasi beim letzten Trio angekommen. Und zwar machen hier den Anfang Stefano und Masha mit einem Tango, den ich wirklich cool gefunden habe. Ich finde, hier hat man jetzt schon ein bisschen gesehen, auch das, was wir letzte Woche mit Christina gesagt haben. Stefano hat Potenzial, er hat Charakter und den konnte er wirklich auch in diesem Tango schon richtig gut zeigen. Es war eine coole Stimmung. Ich finde, was er auch gezeigt hat und was mir gut gefallen hat, war, ich habe schon ein paar Wechsel gesehen zwischen weichen Bewegungen und etwas härteren Bewegungen. Das fand ich wirklich cool. Ich mag das, wenn man eben auch Kontraste zeigen kann, auch in den vermeintlich härteren Tänzen, dass nicht nur alles hart und nicht nur auch in einem Pasodobel zum Beispiel, dass auch mal in einem Pasodobel was Weicheres passiert. Und genauso hier hat er wirklich toll gemacht. Ich finde, auch eine der besseren Entwicklungen für mich von der Kennenlern-Show und ich sehe bei ihm auch, er ist mit der ganzen Leidenschaft dabei. So wie er kocht, so tanzt er auch. Und dementsprechend, ja, sehr, sehr positiv. Manchmal, gerade in Haltung, kam das mit diesem Wechsel von Weich und Hart. Da war eher hart am Start und da würde ich mir noch wünschen, aber das ist halt so eine typische Sache. Kaum hat man eine Partnerin vor der Nase, ja, dann wird halt alles ein bisschen steifer. Das hört sich jetzt komisch an. Aber egal, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und die Haltung könnte auf alle Fälle besser noch werden. Also da muss er arbeiten, da ist er auch noch ein bisschen verkrampft im Nackenbereich. Und ja, also die Tango Argentino-Teile tendenziell besser als die International Tango. Also alles, was quasi in der typischen, klassischen Tango-Tanzhaltung ist, so wie wir es im Turnier kennen, ist ja International Tango. Und diese Parts waren jetzt noch nicht ganz so stark wie die ganzen Tango Argentino-Sachen. Aber alles in allem, absolut richtige Richtung. Ich finde, das ist ein paar, da freue ich mich auch noch drauf, zu sehen, was da kommt. Und ich gehe da in der goldenen Mitte quasi mit Mozi mit. Es gab sieben von Jorge, sechs von Mozi und fünf von Lambi. Und eben, wie gesagt, von mir sechse Punkte für die Stefano. Sehr schön. Und dann kommen wir von Stefano zu Lulu und Massimo. Ja, welche zwei Namen? Also was hat sich die Produktion nur dabei gedacht? Ja, Lulu und Massimo. Es könnte auch irgendwie so ein Duo sein. So ein Monorouge-Duo oder so. Naja, wie auch immer. Massimo, ja du weißt, mein langjähriger Bro in der Sendung sozusagen. Aber es geht ja um Lulu. Und ich muss sagen, Lulu, Lulu. Sinnlich und sexy, muss ich sagen, fand ich sie in diesem Tango. Ich finde, sie hat ein sehr, sehr gutes Musikgefühl schon gezeigt für mich. Ich fand, sie hatte sehr starke Momente. und da kommen wir schon leider dann auch wieder zum ein bisschen negativen, aber eben nicht konsistent. Da waren dann diese starken Momente, haben vielleicht dann auch diese schwachen Momente noch ein bisschen deutlicher hervorgehoben. Das gilt zum Beispiel auch. Sie hatte Passagen, da waren die Beine richtig cool, sexy. Und dann gab es Passagen, da waren die Beine dann war es schon nicht mehr so sexy. Aber es ist alles da, was man braucht, um Lulu Lala zu machen. und dementsprechend muss ich sagen, es waren mir vielleicht ein bisschen zu viele Hebungen und vielleicht, ich will es nicht verschreien, aber vielleicht hat sie das auch ein bisschen dann ihre Konzentration gekostet, weil diese Hebungen sind auch immer so im kurzen Moment so äh, oh, oh, dann bin ich wieder da. Ja, dann wäre ich kurz durch die Gegend gelupft und dann muss ich mich auch erst mal wieder finden. Von daher, next time, ein, zwei Hebungen weniger, lasst die gute tanzen, Massimo. Ich glaube, sie kann es. Von der Jury gab es sieben, sechs, sechs Punkte und von mir gibt es sechs Punkte für Lulu. Und ich glaube, das kann gut werden. So, kommen wir zum Letzten, nämlich zu Gabriel und Malika. wie so oft, das Beste kommt zum Schluss. Ich muss sagen, ich bin sowohl positiv als auch negativ, was diese zwei angeht, weil auf der einen Seite habe ich mir einfach schon mehr erhofft und ich glaube auch, dass da mehr geht und ich komme auch gleich dazu, warum ich das glaube. aber es war trotzdem für mich der beste Tanz des Abends mit eben diesem Bike-Schmeckle, dass ich sage, es hätte aber einfach nicht nur so ein bisschen mit knappem Abstand der beste Tanz des Abends sein können, sondern es hätte einfach der geilste Tanz des Abends sein können und zwar bei zwei oder drei Klassen. Unterschied, aber das war er für mich nicht. Die positiven Dinge, die er mitgebracht hat in diesem Tanz sind, es war super spritzig, es hat wahnsinnig Spaß gemacht das anzuschauen, er war super aktiv, er hat schon größtenteils eine ordentliche Haltung gehabt, es war schon einer der höheren Schwierigkeitsgrade in der Choreografie mit drin und auch Gabriel hat was, was nicht so viele haben, nämlich eine natürliche Bewegung, er hat so einen natürlichen Groove, glaube ich, fürs Tanzen, wir haben es ja letztes, er hat ja selber gesagt, die Kelly-Fresse, kennst du eine, kennst du alle und ich habe aber, meine ich auch, mit Christina letzte Woche schon darüber gesprochen, ich finde, er hat auch diesen Kelly-Vibe, den ich von Maite kenne und hey, wenn das wahr ist, dann freue ich mich schon so wahnsinnig darüber, mehr von kennst du eine, kennst du alle, ja, kenne ich die Kelly-Maite vom Tanzen, dann hoffe ich, tue es deiner Tante gleich und dann glaube ich, wird es eine verdammt gute Staffel für dich, es ist viel da, ich fand es aber, wie gesagt, und da muss ich jetzt die Jury eben nochmal korrigieren, ich fand es nicht so outstanding, wie es die Jury geredet hat, gar nicht mit den Punkten bewertet hat, aber es wurde schon viel mega mehr hervorgehypt, als es dann tatsächlich war und das wird jetzt gleich auch noch ein wichtiger Punkt, aber es war ein sehr toller Quickstep, allerdings auch und das muss ich jetzt eben ankreiden, das war der Grund, warum es nicht ganz so gut war, wie es hätte sein können, die Grundbewegung bei den Schwungteilen des Quicksteps fand ich auch wieder, ja, zum Thema Schwung, ja, das, was ich vorher schon gesagt habe, auch das habe ich nicht so gesehen, die gehüpften Passagen waren gut, aber bei den Schwungpassagen darf man eben auch nicht hüpfen und das ist da manchmal vorgekommen und eben da geht mehr und warum ich auch glaube, dass da mehr geht, ist, ich weiß aus einschlägigen Quellen, die mir berichtet wurden, dass zum Beispiel die Generalprobe anscheinend um Meilen besser war und daher bin ich sehr gespannt, weil eigentlich ging es für Gabriel auch diese Woche um nichts, er konnte im Prinzip frei auftanzen und nächste Woche geht es auch für ihn um was, auch dann kann Gabriel rausfliegen, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann, aber was haben wir nicht schon alles erlebt bei Let's Dance, da hoffe ich dann, dass er die Nerven einfach auch in der Show behält und dann auch wirklich das zeigen kann, was er kann. Für Gabriel gab es von der Jury 786 und ich wäre hier bei sieben Punkten dabei und wie gesagt, noch viel Luft nach oben, also let's go. Ja, und es bringt mich eben schon zu meinem Schlussplädoyer sozusagen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der immer wieder vorkommt und zwar Matzen, also das sind diese Filmchen, die Einspieler vor dem Tanz zeigen nicht immer, wie es wirklich ist, ihr Lieben. Man versucht da eine ganze Woche voller Training, Leid, Fleiß, Schmerz in zwei Minuten zu packen und auch mir ist es schon ganz oft so gegangen, dass man nicht das Gefühl hatte, dass das, was da passiert ist oder gezeigt wurde, dem entspricht, was die ganze Woche tatsächlich widerspiegeln müsste und ich glaube, das war auch bei Maria und Mika der Fall, weil ich habe gehört, nachdem wir ja das Gefühl hatten, die waren jetzt beide nicht so happy in der letzten Woche mit der Verpartnerung, ich habe gehört, die haben sich super verstanden, die haben sich super zusammengerauft, hatten eine coole Woche, haben viel trainiert und dementsprechend war das dann vielleicht ja, halt nicht das beste Filmchen und ich habe jetzt in der Presse gesehen, dass sich Maria auch ein bisschen darüber echauffiert hat, dass das eben der Fall ist, dass sie sich nicht gut repräsentiert gefühlt hat und wenn das, was ich gehört habe über das Training und so weiter stimmt und den Film, den ich gesehen habe, dann sage ich, ja, der Film hat es halt ein bisschen vielleicht so wirken lassen, als wäre sie nicht ernsthaft bei der Sache und das glaube ich eigentlich nicht, weil die Leute, die irgendwie erfolgreich sind, auch im Showbusiness, die sind nicht erfolgreich, weil sie irgendwie schluterig mit Dingen umgehen und ich glaube, Maria hat schon gewusst, dass das auch eine große Chance für sie ist und deshalb schade und dann kommt natürlich dazu, sie hatte, dadurch, dass sie im unteren Mittelfeld gelegen ist, und einen neuen Profipartner hatte, der noch nicht so eine große eigene Fanbase hatte, ist es wirklich schwierig. Das ist nicht das erste Mal, dass das so passiert ist. Ich glaube, mittlerweile ist es so, man muss sich vorstellen, am Anfang teilen sich diese Anrufer auf 14 Paare auf, das heißt, da geht es manchmal vielleicht nur um wenige hundert oder tausend Anrufe und dann macht natürlich der Unterschied, ob man am Anfang mit einem Profi tanzt, der sehr bekannt ist, der eine eigene große Let's Dance Fanbase hat oder eben nicht, schon einen sehr, sehr großen Unterschied und ja, da ist halt mehrere Sachen zusammengekommen und dementsprechend war das auch so, dass es dann eben nicht gereicht hat und ich habe es auch schon befürchtet und noch eine Sache, die da ganz oft mit reinspielt und die ich auch schon so gefühlt im, ja leider erfahren musste und zwar leidlich erfahren musste, ist, eine Sache sind die Punkte und ich finde, teilweise waren die Punkte bei bestimmten Paaren oder Konstellationen gar nicht schlecht, aber das, was noch viel, viel wichtiger ist, ist die Art und Weise, wie über das Paar gesprochen wird, wird über das Paar überschwänglich geredet oder wird viel kritisiert, wird, wird, das macht so viel aus, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Sache mit Vanessa Mai damals, wir haben am Anfang getanzt und dann hieß es irgendwie in einem ganz anderen Kontext, hieß es, quasi, ja Vanessa, wie eine Maschine, es war aber gemeint, weil sie halt einfach abliefert und dieses Maschine wurde dann draus, dass sie tanzt wie eine Maschine, sie hat keine Emotionen und dann musst du die ganze Staffel, muss man gegen so ein Bild ankämpfen, was irgendwo mal entstanden ist, vielleicht aus einer ganz anderen Intention heraus und das ist, Leute, ich bitte euch zu Hause, wenn ihr zuschaut und anruft, lasst euch weniger von diesem Urteil wirklich, ja, lasst euch da nicht so viel drüber beeinflussen, sondern macht euch euer eigenes Bild. Ein Beispiel, das ich da auch noch geben kann, ist, ich war mit Bekannten bei einem großen Tanzturnier, wo sowohl der Weltmeister und die Top-Leute getanzt haben, aber eben auch andere gute Paare, die nur normalerweise so in der 24er oder 48er Runde waren und dann, die kannten sich überhaupt nicht aus mit Tanzen, dann habe ich sie gefragt, hey, wer gefällt euch denn da jetzt am besten? Und dann haben die so geguckt und so, ah, und das Paar ist toll und der gefällt uns auch gut und das war aber, obwohl auch der Weltmeister und die Top-Drei Paare mitgetanzt haben, aber gut gefallen hat ihnen ein Paar zum Beispiel aus der 24er Runde, die waren ja auch super, aber die waren halt jetzt nicht der Weltmeister und danach habe ich denen gesagt, ja, aber schaut mal, das ist der Weltmeister und dann kam, ja, also jetzt wo du es sagst, klar, jetzt sehe ich es natürlich, dass der Weltmeister ist natürlich top, ja, klar ist, jetzt sehe ich es auch und das ist die Gefahr Leute, dass man, wenn man irgendwie gesagt bekommt, irgendwas ist toll, wo man jetzt selber vielleicht nicht der absolute Superfachmann ist, dass man natürlich dann auch dazu tendiert, dieser, ja, dieser Meinung zu folgen und ich sage euch, macht euch euer eigenes Bild, wenn euch was gut gefällt, dann bewertet es positiv, ruft für die an, ja, cheer for your loved ones und lasst euch nicht zu viel davon beeinflussen, weil wie gesagt, das gesprochene Wort ist oft so viel beeinflussender auf das ganze Ergebnis als die Zahlen an sich und und damit haben wir es geschafft ihr Lieben was für eine erste Show ich hätte gerne wenn ihr Fragen habt wenn ihr Anregungen habt für den Podcast wenn ihr irgendwelche Wünsche habt die ich dann auch gerne mal im Podcast selbst bespreche also eure Fragen eure Anregungen dann schreibt doch einfach an info at letstalkaboutdance.de oder wenn ihr auf YouTube guckt könnt ihr auch gerne unten in den Kommentaren was schreiben und wir nehmen uns das sehr zu Herzen und dann werde ich das nächstes Mal die eine oder andere Frage auch hier mit einbauen und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören fürs Zuschauen und wir sehen uns schon bald wenn es wieder heißt let's talk about dance der podcast mit profi tänzer christian polanz jetzt überall wo es podcasts gibt